Gibt es irgendwelche Dinge aus ihrer Vergangenheit, die wir wissen sollten? Ich bin eine ganz brave. Megan, du kleine Sch***. Wir gehen mit dir aus. Du ziehst was Nötiges an wie Denise. Ich besitze nicht was Nötiges wie Denise. Sprich mir nach. Ich werde keine B***-Bremse sein. Ich werde keine B***-Bremse sein. Wo wohnst du? Wo wohnst du denn? Vertraust du mir? Ja. Durch mich. Nein, nein, nein. Sie haben vier neue Nachrichten. Megan, der Sender braucht ein neues Gesicht. Die kommen heute vorbei. Nein, nein, nein. Das ist mein Auto. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Nicht schießen, nicht schießen. Leiden Sie mir kurz Ihr Handy? Du verschwindest jetzt besser. Was soll denn der Scheiß? Bitch, wieso bist du so schnell? Ich war an der Schule im Leichtathletik-Team. Dollar 50. Es ist irgendwo hier. Lassen Sie sich von Ihrem Zuhälter fahren. Ohne die Fahrzeugpapiere darf ich Ihnen das Auto nicht geben. Ich hab den Schlüssel. Drehen Sie sich um, dann sehen Sie, wie es so ein Pup macht. Darauf falle ich nicht rein. Könnte ein Trick sein. Ach ja. Ich muss mir dein Fahrrad borgen. Okay. Du bist ein Engel. Zeig mir deine Möpse und ich leihe dir mein Fahrrad. Oh. Do it. Nein. Ich wohne. Vielen Dank.